Wir sind getroffen, wir haben alles nach den Hamstern Ihres Sohnes abgesucht, Lord Vader. Falls Sie sich wirklich außerhalb des Schiffes befinden, können Sie das nicht überleben. Nein, Captain, Sie sind noch am Leben. Ich bestehe darauf, dass jedes zur Verfügung stehende Schiff das Asteroidenfeld durchsucht, bis Sie gefunden worden sind. Jawohl! Daher mal wieder klar. Hey, Chef! Ja, Admiral, was gibt es? Imperator Perpetin möchte jetzt mit Ihnen sprechen. Manövrieren Sie das Schiff aus dem Asteroidenfeld heraus, sodass wir störungsfrei übertragen können. Aber natürlich. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ich bin der Meinung, unser Männerchor singt immer schlechter. Auch ich empfinde das so. Hast du denn schon mit Luke darüber gesprochen? Er hatte immerhin sehr viel Gesangsunterricht bei Obi-Wan. Ja, mein Gebieter. Hat er unterschrieben? Er ist nur ein Knabe. Und Obi-Wan kann ihm nicht mehr helfen. Oh, dann muss er wirklich gut sein. In so schwierigen Zeiten ist es okay, wenn wir jemanden aus dem Knabenchor einstellen. Falls wir ihn für unsere Sache gewinnen, könnte er zu einem machtvollen Verbündeten werden. So ist es. Ja. Er würde unsere Tenöre super ergänzen. Überzeuge ihn. Er wird zu uns übertreten oder sterben, mein Gebieter. Sterben? Genau wegen sowas hast du keine Freunde. Äh, äh, hallo? Äh, äh, äh. Was willst du denn? Äh, 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 was soll das? Äh, äh, hey Mann, das können wir doch auch anders klären. Du bist geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Oh Mann, war das echt nötig. Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu töten. Luke, du hast dort nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, deine Kräfte zu entdecken. Aber ich will nicht mehr singen. Hör dir das an! Äh, 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 äh. Bünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Äh, nein, ich spiel lieber Fußball. Es ist deine Bestimmung. Komm mit mir. Das ist der Weg, der dir bestimmt ist. Vergiss er, äh, 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 äh. Hast ihn getötet. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, was ich erwartet habe. Tja, zur Strafe bekomme ich von dir jetzt 50 Tonleitern auf. Du, wie ihr wünscht. Luke, du hast, du hast doch nicht. Luke, du hast doch nicht begriffen, wie wichtig du bist. Ihr wollt noch mehr witzige Parodien? Dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Ist ganz einfach versprochen.